Heroes... Quatsch hier. Dragon Quest! Oh Gott. Und Tragedy haben dich seit dem Herzen geführt. Der kreuzige Fehl hat dich in den Körnern der Erde geführt. Du hast mit der Tod ein tausend Mal gedreht. Aber trotzdem hast du dein Leben. Bitte keine Massenkloppe, bitte keine Massenkloppe, bitte keine Massenkloppe. Was ist Dragon Quest so für ein Spiel? Eigentlich ein Rollenspiel. Du musst überleben. Du hast so Kämpfe gemacht. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen mit Dragon Quest zusammen. Du kämpfst gleichzeitig gegen 200 Gegner und musst einfach nur auf die Tasten prügeln und 3 Milliarden Effekte kaufen. Oh. Das. Schöner mit dieser Musik. 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 Aber das sieht immer noch rundenbasiert aus. Kann das sein, dass das eine einfach nur Zwischensequenz war? Das ist cool wie gesagt. Das wäre wiederum cool. Alter, die Dragon Balls, ja. Du bist rundenbasiert. Bis dein Zeitpunkt ist vorbei. Das ist rundenbasiert. Das ist rundenbasiert.